so ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten morgen wie auf instagram angekündigt beginnt hier meine youtube reise schauen ob es eine reise wird oder oder eine ganz kurze ganz kurzes ergassen ja kurz zur erklärung ich habe beschlossen das alles so als one take zu machen das heißt ich rede jetzt was und das was ich rede wird auch genommen so zwinge ich mich selber ein bisschen dazu authentisch zu sein und alles was ich sagen will auch so loszuwerden wie es dann irgendwie wollte genau ich habe gerade meinen tag begonnen es ist morgens ich glaube 8 uhr genau das ist morgens 8 uhr gewogen habe ich mich schon mein gewicht ist heute ein bisschen sehr hoch komischerweise für die letzten tage ich mache das immer so ich wieg mich jeden morgen ich finde das ist das einzig sinnvolle gerade wegen solchen schwankungen wie jetzt heute morgen zum beispiel weil nehmen wir mal an ich würde mich nur einmal in der woche wiegen und dann erwische ich zum beispiel immer wenn ich mich samstags wieg an einem samstag mal diesen einen tag und mein gewicht zwei kilo höher ist und denkt dann oh mein gott ich habe überhaupt nichts abgenommen und macht dann daraufhin irgendwelche änderungen obwohl es gar nicht mehr zeit müssen sein müssen weil ich vielleicht sonst über den rest der woche sehr tiefes gewicht hatte und es einfach nicht wahrgenommen habe weil ich mich nicht gewogen habe genau gewogen habe ich mich schon heute nämlich auch samstag heute ist check-in tag für mich das heißt wir machen gleich noch bilder da ist mir zum glück meine wundervolle freundin die laura behilflich genau und danach gibt es schon pre-workout weil wir heute samstag haben samstags gegen den mal früh trainieren damit wir noch ein bisschen was vom tag danach haben das heißt für mich gibt es dann nur pre-workout was aktuell nur aus 50 gramm way besteht bisschen traurig aber geht trotzdem klar trotzdem irgendwie immer voll klar genau so sieht es aus genau weil weil sie es macht ist es zum glück nicht so traurig sieht wesentlich sieht wesentlich besser aus als einfach nur so 50 gramm way shake zeigt euch auch gleich noch mal bevor ich das ist ja jetzt wie gesagt erst mal formbilder für den coach den herrn stefan kinzel machen so Also hier nochmal, das sind einfach nur 50g Whey mit ja ich weiß ehrlich gesagt nicht mal mit was. Ist auf jeden Fall ein leckerer Pudding von daher ist es trotzdem etwas, auf das ich mich extrem freue. Fürs Rezept würde ich sagen fragt einfach die Laura. Ich pack unsere beiden Instagram Profile eh in die Beschreibung, in die Videobeschreibung und dann könnt ihr sie fragen, wie man dieses leckere Stück Protein-Pudding anfertigen kann. So, ich bereite meinen Intra-Workout vor und dachte ich zeig euch mal wie ich das mache. By the way, bester Eistee leider leer. Aber die Flasche ist auch wunderbar um sie zu nutzen, um da sein Intra reinzuschütten. Ich mache das immer so, ich mache da ein ganz kleines bisschen Wasser rein, dass wenn ich das Pulver gleich rein mache, dass es sich nicht so am Boden sich festkallt. Jetzt sehe ich unser ganzes Gras. Eigentlich Cluster Dextrin. Ich habe das hier aber kostenlos bei Olympus stellen können, von daher nehme ich das. Das ist Cluster Dextrin sehr ähnlich. Genügt mir einem geschenkten Gaul. Schaut man nicht ins Maul, sagt man ja immer. Kommt einem auch erstmal fast alles entgegen morgens. Davon habe ich aktuell noch 30 Gramm. Also 30 Gramm Carbs Intra-Workout. Dazu kommt 15 Gramm Pepto Pro. Mit dem Begriff Pepto Pro kann ich aus der Form sagen, würden die meisten absolut anfangen. Deswegen erkläre ich kurz, Pepto Pro ist vorverdautes Casein. Das heißt im Gegensatz zu ERAs zum Beispiel, was ja die meisten kennen, ist Pepto Pro ein vollwertiges Protein, also alle Aminosäuren. Aber dadurch, dass es vorverdaut ist, ist es trotzdem wunderbar verträglich und wird perfekt aufgenommen im Training. genau. Dazu gibt es 5 Gramm Creatin. Und was dann eigentlich auch in diesen Shake kommt, ist Beta-Alanin. Allerdings finde ich Beta-Alanin trinken, weil es dann auch immer schon auf den Lippen so kribbelt, ziemlich ekelhaft. Und deswegen schmeiße ich mir im Training immer so 2-3 davon ein. Einfach so das Training verteilt. Einfach am Anfang eine, am Ende eine, in der Mitte eine. Und haue mir das so in meinen Stimm weg. Genau. Und für nach dem Training, da wir heute früh trainieren gehen, normalerweise mache ich ja morgens mein Cardio und gehe dann mittags trainieren. Heute wird es dann so rumlaufen, dass ich erst trainieren, dann direkt im Anschluss mein Cardio mache. Und da 40 Minuten Cardio okay sind, aber trotzdem absolut keinen Spaß machen, weil Cardio generell keinen Spaß macht. Ich glaube, das muss ich mir erklären. Brauche ich da was, auf das ich mich freuen kann? Und das steht nicht auf dem Plan. Ich mag es aber trotzdem, weil EAAs wie gesagt eh kein vollwertiges Protein sind und ich deswegen auch nicht als vollwertige Kalorien zähle. Deswegen gönne ich mir für das Cardio extra nochmal EAAs. Und zwar die hier. Ich will jetzt für die Marke an sich eigentlich keine Werbung machen, weil ich dieses Assige habe und diese Beef-Kultur von Secplus absolut nicht feiere. Aber der Geschmack ist endlos krass. Laura schüttelt schon den Kopf. Also ich glaube, besser nicht als Empfehlung nehmen, weil die meisten, denen ich jetzt empfohlen habe, sagen, Alter, was ist mit dir los? Das schmeckt wie scheiße. Ich finde die ultra geil. Deswegen haue ich mir die jetzt nochmal in eine Flasche, weil ich wie gesagt mich dann das Cardio extrem auf die Freue. Das sind generell so kleine Diät-Tipps, die ich einfach für jeden habe. Versucht euer Gehirn ein bisschen auszutricksen. Baut öfter so am Tag einfach ein paar Dinge ein, die keine oder gar keine, äh, keine oder sehr wenige Kalorien haben, auf die ihr euch irgendwie freuen könnt. Deswegen bin ich auch kein Fan davon irgendwie, also auch bei meinen eigenen Kunden, bei meinen eigenen Coaching-Kunden, absolut kein Fan davon irgendwie komplett feste Pläne zu schreiben, wo dann draufsteht, das muss jetzt 100 Gramm Reis und 100 Gramm Hühnchen sein, weil damit kannst du null kreativ werden. Ich finde, wenn einfach ein bisschen kreativ wird, jeden Tag so ein bisschen was anders macht, kann ich euch später ein gutes Beispiel zeigen, wo ich das zum Beispiel Charakter wieder mache. Dann, äh, dann, äh, lässt sich so eine Diät wesentlich einfacher gestalten, meiner Meinung nach. Genau, gleich steht, ähm, Pull 3 auf dem Programm. Ich bin schon fast ready angezogen. Ich ziehe gleich noch ein Pulli oder, äh, T-Shirt drüber. Ich hasse es, direkt mit Tanktop ins Gym zu laufen. Ich glaube, jeder, der mich im Gym schon mal gesehen hat, dem wird aufgefallen sein, das mache ich nicht. Ich brauche erst einen Pump, bevor ich mich im Tanktop, im Gym wohlfühle. Deswegen, ähm, Pumpcover, wie es die Amis so schön nennen, wird gleich noch drüber gezogen. Ähm, Pyberghout wird gleich auch noch gezwungen, zeige ich euch gleich auch noch. Und dann geht's los. Wie sind das hier jetzt so ist, ähm, die Vorfreude aufs Training könnte größer sein, aber sie ist trotzdem da. So, jetzt hier beim zweiten Pyberghout-Ritual quasi angekommen. Erstens wird hier, äh, mein absolut oberhammer geiles Logbuch geschrieben. An der Stelle nochmal Dank an Lukas. Ähm, genau, ich mach's immer so, ich guck hier beim Alten quasi, beim alten Übungen ab, schreib die dann hier auf eine neue Seite und lass halt die Felder mit den Gewichten frei. Ähm, ohne Koffein geht natürlich grad gar nichts. Deswegen gleich ein Bang. Ähm, hier hab ich nochmal eine extra Koffeinkapsel, weil mir das vom Bang nicht reicht. Das hier ist Bob, das hier ist L-Teanin, damit, ähm, damit das Koffein nicht so, es nicht so zittrig macht. Und hier hat Laura noch so einen Pump Booster von MST Nutrition zugeschickt bekommen. Ähm, den gibt's mit dazu. Und während das Ganze zelebriert wird, wird hier Ian, wo, ich kann kein Französisch, Wallier, 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 was auch immer. Und Melissa Bamstad beim auch Rückentraining zugeguckt. Musik Hier noch als kleiner Tipp, ähm, wenn ihr so ein Intra habt, trinkt mal die ersten 20 Minuten, bevor ihr mit dem Intra beginnt, erst mal nur Wasser, klares Wasser. Weil die meisten kennen es von so Clusterdextrin und so, wird einem ein bisschen schlecht. Und ich hab rausgefunden, beziehungsweise dank Stephans Plan hab ich rausgefunden, ähm, wenn man die ersten 20 Minuten Wasser drängt, dann, und erst dann mit dem Cluster und so anfängt, äh, wird es besser. Musik 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 Forget about the lies Forget about the lies They're keeping you high Coming behind . . . . . Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, also ich habe die Ultracrips jetzt seit zwei Tagen. Vorher hatte ich Copacrips aus Amerika, die sind deutlich besser. Ich muss jetzt auch erst mit denen zurechtkommen. Also vielleicht hat man es gesehen, mir ist hier die linke Hand aufgegangen. Ist bei so einem Top-Set so ärgerlich. Aber was sollen wir machen? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hier ein weiterer Tipp von mir. Viele neigen dazu bei Ziba-Rudern. Sollte Scheiben zu benutzen. Also die großen. Das Problem ist bei den großen Scheiben ist, man kommt halt maximal bis hier. Weil da hier die Scheiben schon anlockt. Deswegen wird es in dem Fall 15er. Wenn man jetzt hier mal schaut, habe ich hier ungefähr noch so eine Variante. Wenn ich Tiba-Rudern richtig mache, reicht es. Weil viel tiefer als hier will ich eh nicht rein. Hier hinten ist eh alles Rotatoren dabei. Aber bis hierhin sollte es schon gehen. Von daher guckt, dass die Scheiben nicht zu grüß sind. Ich würde jetzt super gerne. Wie bischen. Das war's für heute. 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 Und Das war's für heute. Und Das war's für heute. 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 Und ich habe's für heute. Das war's für heute. Und ja, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, also wie man sieht, es kriegt so eine richtig nice Puddingartige Konsistenz. Wie es denn der Diät so ist, weil man nie genug Süß haben kann, baller ich mir noch ein bisschen Süßstoff rein, übertreibt es nicht mit Süßstoff Leute, ich bin da gerade kein gutes Vorbild, muss ich zu werden, aber das soll's. Dann geht's weiter. Und zwar mache ich mein Whey jetzt quasi so als Topping drüber. Ist das Whey oder ist das Isolat? Das ist Isolat. Isolat würde ich den meisten empfehlen. Ja, weil es einfach, soweit ich weiß, keine Laktose hat, das heißt für laktoseintolerante Menschen auch schon mal besser. Und weil es generell viel besser vertragen wird, auch fürs Hautbild besser ist und auch schneller aufgenommen wird und mittlerweile, das sagt man heutzutage, auch preislich und geschmacklich normalem Whey nicht großartig nachsteht. Welchen Geschmack hast du? Das ist Dark Chocolate und der ist wirklich verdammt gut. Genau, für die exzellente Cremigkeit mache ich das Ganze mit so einem Startmixer. Einfach als geiles, weil man nichts verschwenden darf, auch wenn es jetzt eblich aussieht. Die Diät halt, ne? Alle, die mal eine Diät gemacht haben, werden es nachgefunden. So, und dann kommt es hier ans Topping drüber. Und weil ja bekanntlich das Auge mit ist, auch wenn es nicht auf dem Plan steht. Aber zwei, drei Bären machen das Ganze wesentlich attraktiver. Die nächste Mahlzeit steht an. Bei Laura gibt es Kartoffeln mit Hähnchen und Bluse. Und bei mir gibt es, sadly, wieder No Carbs. Aber Laura hat sich, glaube ich, mal wieder selber übertroffen. Also ich freue mich. Was? Wir haben nämlich gerade Besuch mit kleinen Welpen von der Mama, von der Laura. Ja! 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 Ich will runter, ne? Ja, Schatz! Und das ist definitiv gerade der Cuteness-Overload hier. Ja! Ja! Spitze ziehen, ne? Uiuiuiui! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Du hast scheiße im Kopf, du hast scheiße im Kopf! Du hast scheiße im Kopf, du! Naja! Ja! Du hast scheiße im Kopf! Aber ich leg die Kamera jetzt auch mal wieder weg, wir wollen die Zeit wieder auch genießen. Als nächste Mahlzeit wird mein Frühstück nachgeholt, also heute Morgen gab es ja wie gesagt, mein Prübertort und Frühstück wird jetzt quasi hinten angestellt. Da gibt es 80 Gramm von den Haferkissen. Eigentlich habe ich Haferflocken, aber ich wollte diese Haferkissen probieren, mit 50 Gramm Whey. Das lasse ich mir jetzt schmecken. So, während Laura hier den Kittelbesicht abräumt, zeige ich mal, was für mich als nächstes auf dem Plan steht. Ja, wieder nichts mit Carbs. Deswegen, um den Magen zu füllen, einen Haufen Salat mit dieser Soße hier. Ist eigentlich ganz geil. Und dazu 200 Gramm Fleisch vom Grill mit, ich hatte noch so ein bisschen Restwurst bzw. Schinken. Den habe ich mit auf dem Grill gepackt. Wird schon ganz geil sein, neckig. So, ich schaue gerade noch mal mit Laura draußen. Wir haben Bilder gemacht für Instagram. Gepost haben wir danach auch noch. Habe ich mich aber dazu einfach entschieden, die Kamera jetzt nicht mitzunehmen, weil, ja, ihr werdet noch genug Wettkampf-Content von mir sehen in nächster Zeit. Einfach auf Instagram folgen. Aber ich vermute mal, die meisten von euch kommen eh von Instagram. Von daher, macht das ja nichts. Und, ähm, genau. Ich zeige euch kurz, wie das hier aussieht. Ähm, ich suche hier gerade Bilder raus, die ich posten kann. Ähm, da geht es um eine Kooperation mit Fabletics. Aber, werdet ihr dann alles noch sehen. Ähm, also auf jeden Fall gibt es dazu jetzt die gute, alte, bewährte Diät-Götterspeise. Einfach Götterspeise von Dr. Oetker, aber anstatt Zucker Süßstoff reingehauen. Ähm, mit ein bisschen Vanillesauce drüber. Lass ich mir jetzt auf jeden Fall schmecken. Ähm, genau. Lass ich mir schmecken. Danach, äh, werde ich euch noch zeigen, wie ich meine Pancakes, mein letztes Mehl, zubereite. So, ich habe ja angekündigt, äh, dass ich zeige, wie ich meine Protein-Pancakes mache. Ähm, wir waren gerade eben noch schnell einkaufen. Ähm, genau. Ich zeige euch einfach mal zwei Eier. Zwei Eier warum? Weil sie auf dem Plan stehen. Mit 200 Gramm Eiklar. Normalerweise nehme ich Eiklar aus der Metro. Leider ist mir das ausgegangen. Deswegen beginnt jetzt der gute, alte Trennspaß. Ich glaube, ich glaube, im Video später spule ich das einfach vor. So, dazu kommen noch 40 Gramm Whey. Äh, die 40 Gramm Whey kommen daher, dass ich mir eben tatsächlich extra 200 Gramm Fleisch, also ich hätte noch eine Mahlzeit mit 200 Gramm Fleisch gehabt, die habe ich mir extra aufgehoben, damit ich hier 40 Gramm Whey nehmen kann. Weil diese Protein-Pancakes einfach lieben sind. Das Endergebnis wird ja sehen. Äh, gerade in der Diät hat man ja eh Bock eigentlich mehr auf so süßes Zeug. Und, äh, ich muss sagen, dann gönne ich mir das einfach. Ja, bisschen Süßstoff dazu. Dann, ein halbes Päckchen Backpulver. Ja, das war's eigentlich schon. Ähm, mit dem Startmixer verrühren. Man kann es theoretisch auch mit dem Löffel verrühren, aber so wird's halt deutlich cremiger, teilt sich besser und geht dann auch in der Pfanne später besser auf. Die Pfanne heizt sich übrigens gerade schon die ganze Zeit vor. So. Gehängt noch ein bisschen was. Genau, ich guck dann meistens bisschen wie es von der Konsistenz ist. Je nach Menge von Eiklar und Whey, wie ihr es halt an euch anpasst, ähm, kann man noch ein bisschen Mandelmilch wieder dazu machen. Aber so wie es jetzt gerade ist, passt es mir. Ähm, ich hab hier von Laura so ein extrem geiles Olivenöl-Spray geschenkt bekommen. Ähm, genau. Jetzt sprühe ich jetzt in die Pfanne, die schon heiß ist. Dann fahr ich die wieder ein bisschen runter. Dann gieße ich das hier rein. Dann gieße ich das hier rein. Guckt euch das an, meine Damen und Herren. So sieht dann das finale Produkt aus. Innen rein in diese Rollen habe ich meinen Mandelmus gestrichen. Und obendrauf halt, äh, eine Arschholz hier oder Soßen. Ja, das lasse ich mir jetzt auf jeden Fall schminken. Und damit ist der Tag auch schon beendet. Ich danke wirklich jedem Einzelnen fürs Zuschauen. Jeden, der bis hierhin durchgehalten hat. Ähm, ich hoffe es war einigermaßen anseelig. Wie gesagt, das ist einfach ein Versuch. Ähm, lasst bitte wirklich Kommentare da, Feedback. Ich würde mich extrem freuen. Und, ähm, mir hat es echt Spaß gemacht. Ich habe echt Bock, das öfter zu machen. Ähm, ich hoffe, ihr habt Bock, euch das öfter anzugucken. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen. Das ist eine dumme Abschlusspose, egal. Ciao.